Hallo Leute, ich zeige euch heute mal, wie man Milch richtig einschenkt. Und dazu brauchen wir ein Glas hier, ganz normales Glas und fettarme Milch. Ihr könnt aber auch jede andere Sorte Milch nehmen. Und dann müsst ihr zuerst hier oben das Ding hier aufdrehen und zwar so rum. Wenn ihr andersrum dreht, da geht es nicht. Also so rum aufdrehen. Fuck, jetzt ist hier so ein, da muss man das ziehen hier oben. Ah, super. Das mache ich nachher weg. Und dann ist die Milch auf, dann könnt ihr die hier einschenken, ganz vorsichtig in das Glas. Einschenken, super. Und dann hier wieder, aber jetzt andersrum, so rum, zudrehen. Dann ist das fertig und ihr könnt die Milch also genießen. Psst, Katze. Das, psst, nee, ich jetzt. Das war es von mir und wenn es euch gefallen hat und ihr was gelernt habt, dann lasst doch ein Like da. Das war es von mir. 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 Vielen Dank.